hi meine freunde willkommen zurück in famous second son so wir haben gerade einen bonus bekommen weil wir alle kameras zerstört haben jetzt sehen wir die scherben hier auf der karte und wir haben was abgeschlossen also die mission von eben also von letzten part mission abgeschlossen willkommen in seattle und wir haben zwei upgrades können wir direkt in die upgrades ja cool so eine scherbe haben wir so was haben wir da aschegeschoss das ist gesperrt was haben wir hier orbit sturzflug den will ich haben das ist der aus dem trailer der ist so geil und natürlich auch aus dem intro der ist so geil so was haben wir denn hier noch schwefelbombe und hier ätzende dämpfe ist blau unterlegt also kann ich das wahrscheinlich nur wenn ich gutes karma habe kann man wahrscheinlich mit karma irgendwie bekommen so ich brauche erst das dann kann ich die freischalten okay so was haben wir hier noch rauchschuss den könnten wir aufwerten was haben wir hier war blaues dauerfeuer war es sogar richtig mies rot was haben wir hier schwefel volltreffer auslöchten der explosion was haben wir hier k.o. volltreffer verbesserter luftsprung lüftung sprung ist okay lüftung heilung in eine lüftung und dann wird halt man sich ja das ist nice topfelluft sprint das ist geil das brauche ich und schnelles entziehen ja das ist natürlich auch praktisch wenn man dringend was braucht was haben wir hier nahkampf ausschlöchender fall karma heilung was ist das denn gutes karma der stufe 3 benötigt achso ich hoffe dafür braucht man dann keine scherbe böses karma benötigt sprint besiegen sprint angriff okay was haben wir hier kometenfall was ist das boah der ist auch nice richtig nice okay also wir müssen uns auf die grauen fokussieren und auf die blauen so was haben wir hier noch psychologisches profil kleidung delsen weste ja ich will die weste am liebsten wechseln aber kenne ich gerade nicht so okay reggie ich frage nur ungern aber ist und deine kumpels im blau noch irgendwas über diese kernrelais offenbar wurden die überall in der stadt verteilt die polizei von seattle überwacht sie die polizei von seattle überwacht sie die nicht verraten sie nur zu siegut sind aber du kannst rausfinden wo die alle sind ach die sehe ich jetzt auf der karte das war ja mein bonus ne ja ja okay schon gut du hältst dich von augustin fern und ich schicke dir die relais position die ich kenne ja danke red du bist der beste nein wenn ich das wäre hätte ich dich daheim in salmon bay in einen schrank gesperrt und den schlüssel verloren wow ein schrank ist zwar kein hindernis für einen conduit aber nett dass du mich einsperren willst den hole ich mir also wenn wir schon die scherben hier holen können dann holen wir die besonders wenn wir die auf der karte haben das musst du sehen man das dup hat die stadt völlig eingestampft alle leute schauen sich nervös um und ziehen nur noch den kopf ein so funktioniert das kriegsrecht man kontrolliert stadt und einwohner in die man zuerst beide bricht ja man platzungsarmeen sind das letzte das solltest du erstmal lieber für dich behalten ja man die will ich haben war geht doch man 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 diese flugzeuge sind echt beschützt das fühlt sich gut an so ich würde immer sagen wir sammeln erst mal ein paar stück ein bevor wir irgendwelche nehmen aber ich will erst mal zu dem blauen symbol ich will wissen was das ist und dann können wir mal gucken wo es lang geht sie haben drei missionen so ok das sind hohen die lehrer das geht nicht mein freund okay drogen die verhindern so rot ist wahrscheinlich schlechtes kam ich kleiner flieger den hol ich mir der war einfach also umso näher man ran ist umso leichter ist es eigentlich nur die Noten hoch bei es ist viel einfacher zu klettern aber er kann natürlich nicht so hoch springen also so hochklettern so jetzt haben wir wahrscheinlich bald mal genug upgrades ich weiß nicht was er jetzt bringt den wagen zu so stören aber wir machen es einfach mal der hat sich halt geben das okay das Auto bringt nix aber ich will da rein, da hast irgendwie so ein cooles Symbol, da will ich... da will ich hin weg hier weg hier, ich muss mich heilen, ich muss mich heilen da also das halt mich jetzt noch nicht aber so kann ich wenn sie mal irgendwo hingehen wo sie so an der so am oh die haben auch kräfte, das kann doch nicht wahr sein Haukt der einfach ab Ah, das heilt mich auch Das ist natürlich auch sehr gut Ah, schon wieder tot Ja, ja, dieses Karma Aber egal Man muss ja auch mal gucken, was abgeht Aber das ist ja auch Open World Deswegen haben wir ja auch drei Missionen jetzt Oh, die jubeln mir zu Das ist natürlich sehr nice Ja, doch, wir machen das Wir machen das jetzt Weg, weg, weg Ey, ich wollte gerade weg sprinten Ah Okay, okay Ich hab's verstanden Oder auch nicht Nein, ich gehe da jetzt nicht nochmal hin Ach, wir können mal gucken, was wir jetzt an Upgrades haben Ach, da war es doch Scherben Äh, was hatten wir hier Was hatten wir hier Das war alles gesperrt Rauchssprint hatten wir Autoturbo Achso, den haben wir schon Den haben wir auch Okay, den können wir noch nicht Was haben wir Schwefelvolltreffer Doppel-Luft-Sprint Hm, ja Wie viel haben wir nochmal Acht Scherben Ja, komm, machen wir den Machen wir den Achso, da oben können wir noch nix Okay Dann nehmen wir halt den So Okay, dann hätten wir dann alles Aber hier können wir mal Upgrades machen Ja Da können wir ein Upgrade machen Rauchschuss Äh, Schuss Ah, verbraucht weniger Rauchenergie Ah, der auch Okay, dann machen wir den Dann haben wir jetzt alle Scherben verbraucht Dann sind wir jetzt bestimmt auch viel besser Boah, die kommen direkt von überall Weg hier, weg hier, weg hier Aber gut, dass der Sprint nix verbraucht Nee, ihr seid okay Ihr dürft machen Ey Hallo, hau drauf Ey, das kann doch nie wahr sein Ich halte, halte ich jetzt echt zu wenig aus Ah, bitte, bitte So, dann gehen wir mal hier rüber So, haben wir wieder ein Upgrade Oh, 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 pass auf, pass auf, mein Freund Erlsen, jetzt hau doch mal drauf Ey, wo ist denn der Scheiß-Zolder, da Oh, tu mir leid, tu mir leid, das wollte ich nicht So, jetzt hau dich weg, du Sack So, geht doch So, wo war die erste Mission hier drüben Mach mal wieder seine Mission hier Oder starten sie erstmal, oder? So, was haben wir hier, hoch Müssen wir aufs Dach Denke ich mal, ne? Glück kenne ich inzwischen ein paar coolen neue Brechertricks Au, saug Oh, nice Power, power Pometenschlag Oh, das wird einfach fantastisch Vorsicht da unten Oh, in der Luft und jetzt drücken Wow, Killer Nicht schlecht, was? Wollt ihr's nochmal sehen? Boah, ich kann das auch so machen Wow Oh, Delsen ist einfach der Killer Wow Yeah Nice, baby Nein, hast du nicht So, dann gehen wir mal zum nächsten Und irgendwo fliegt sich eine Scherbe rum Ah, schade So Wir gehen jetzt zum nächsten Punkt Holen uns das nächste Und dann würde ich sagen Sind wir mal fertig für heute Central Seattle Center sind wir Okay Was ist der Blaue jetzt da wieder? Ah Leute befreuen So Weg mit dir Zieh Zieh Alter Alter Die Diophie-Typen gibt es in dieser Stadt Na, zum Glück wirst du ihnen überlegen Was eure Anzahl angeht Wie kommst du darauf? Naja, weil ein Einzelner Sich schneller, unauffälliger und leiser bewegen kann Und sie werden dich unterschätzen Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht Würdest du ihnen das bitte erklären? Dann geben sie ja vielleicht auf Haha, ja Wenn ihr das wüsst, dann würden sie auch geben, ne? Hast recht Ist okay Ich mach dich ja so fertig Ey, ihr habt doch Kräfte Warum übt ihr einfach auf? Achso, die hab ich schon fertig gemacht Okay Alles wird gut, meine Freunde Da drüben ist wahrscheinlich wieder ein Drogendeal Ja, den machen wir Ach, der ist auf dem Dach, ne? Let's Und Okay Hey Okay Prozent 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 er sei die die hälfte aus jungen drei jetzt kann ihn gar nie mehr um abgeholt so fällig mit dir sorg energie bitte so gut jetzt jetzt können wir immer noch nicht was soll denn das das ist auch gewissermaßen es gibt hier nicht so das war dann das letzte für heute da sehen wir erst mal was Neues wieder was bekommen wir was war das denn ok da komme ich also nicht lang hoffentlich klappt es das ist eine sehr geile Sache zweimal schießen kann ich da muss ich auch sagen wahrscheinlich zeigt an wie viele Aschegeschosse sie haben fühlen sie die Emotionen ab indem sie Rauch aus einer Rauchquelle entziehen ja cool ok dann würde ich sagen dann sind wir hier am Ende und dann sehen wir uns beim nächsten Mal ciao